Viele liebe Grüße aus Graz, du kennst es wahrscheinlich, heute noch schnell was erledigen, heute noch schnell einen Abschluss machen, heute noch schnell ein Buch zu schreiben und dann vergisst man noch ganz schnell das, was einem ganz wichtig ist. Und das ist oft was ganz Kleines vielleicht, vielleicht die Familie, vielleicht das Haus, vielleicht das Auto, irgendwas was Kleines, aber man vergisst auch immer wieder hier die Aufmerksamkeit zu diesen Menschen, zu diesen Sachen was zu geben und jetzt ist die Zeit, wo man das machen kann. Übrigens dieses Video ist das einzige Video, wo ich jetzt aktuell aufnehme über die letzten Tage, weil ich habe meinen Menschen gesagt, ich bin über Weihnachten, Neujahr, 10 Tage lang Social Media Detox, ich habe alles aufgeglasst, ist alles vollautomatisch, geht raus. Dieses Video ist das Einzige, was ich heute für dich mache, dass du das auch kannst. Ich gebe dir meine Aufgabe und du kannst dann unten reinschreiben, ob du das gemacht hast oder diese Challenge für dich annimmst, 10 Tage lang Social Media Detox, mach mal 10 Tage nichts, bereite alles vor und dann tue ich das, was dir wichtig ist. Ich wünsche dir ein ganz tolles 2024 und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du die letzten Monate bei mir gewesen bist und mich begleitet hast. Dann im neuen Jahr werde ich ganz viel Neues machen und da kann ich dir schon einiges sagen, zum Beispiel die Profiler Masterclass, die hast du heute aktuell ungefähr 500% günstiger, findest du gleich auf meiner Webseite für 49 Euro. Dann kommt in Zukunft, kommt auch ein neues Buch, wird noch kommen in 2024, vielleicht auch noch zwei neue Bücher und ich werde auch die Art der Wahrnehmungstrainer wieder aufrollen, damit du den für dich auch machen kannst. Das baue ich auf, neben nach ganz vielen anderen Sachen und ich freue mich auch, dass du die Möglichkeit hast, auch im 2024 Profiler Challenges wieder bei mir zu buchen und ich werde jeden Monat einen Workshop geben, der über drei Stunden geht, wo du immer ganz tolle Nachrichten bekommst und Neues lernen kannst. Also das kommt mir so ein bisschen auf dich zu. Ich freue mich, dass wir das zusammen gestalten dürfen und wünsche dir jetzt eine ganz schöne Zeit. Ich fahre heute von Eibigswald nach Graz und werde nämlich in Graz das neue Jahr geniessen. Wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns im neuen Jahr. Alex, dein Süßproferder.